ja einen wunderschönen guten morgen liebe gäste liebe kinder hier spricht ihr kapitän von der brücke ja heute ist samstag der 12 mai und die bohrzeit jetzt genau 9 uhr 45 ja wie versprochen noch ein paar infos zu unserer seereise zum seetag heute ja seit dem ablegen gestern abend in alicante haben wir eine distanz von 293 seemeilen zurückgelegt und bis lissabon liegen noch 334 seemeilen vor uns bis zur straße von gibraltar sind es jetzt nur noch 12 seemeilen ja und der felsen von gibraltar sollte dann so gegen 10 uhr 30 steuerbord quer ab sein so 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 so